Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute zum ersten Part von Adopt Me mit der, mit der, äh, mit Monashi. Hiiii. Das war jetzt schön. Ja, das war jetzt schön. Ja, ich bin halt eine Schönheit. Haha. Ja, genau. Ähm, ja, heute wird eine Frage-und-Antwort-Video sein. Also, äh, sie stellt mir Fragen, damit ihr mich mehr kennenlernt. Also, damit meine... Aber ehrlich, ja, ne? Schon ehrlich. Ja, aber bitte keine privaten Fragen, das wäre mir ein bisschen zu privat, irgendwie. Irgendwie. Okay. Dann sagen wir mal, wir spielen gleichzeitig, reden, verstanden? Ja. Gut. Und die anderen haben uns auch draußen verstanden, oder? Ja. Haben uns alle verstanden? Ja, haben wir. Äh, ähm, meine Katze muss duschen. Ich muss erstmal meine Katze dissen schicken. Ich muss auch duschen. Ich stelle mich hinten an und mein Hund auch. Du musst deinen Hund auch duschen. Was der heck ist going on mit euch allen? Ja. Katze, komm her. So, eine Frage. Ja. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Ich habe viele Lieblingsfarben. Ich kann mich aber nie für eine entscheiden. Okay. Ich finde halt viele Farben hübschen. Das ist einfach so pink zum Beispiel, oder gelb, oder so. Oder blau, oder so. Nein, es ist blau. Aua. Warum schubst du mich? Ich schubst dich doch gar nicht. Es ist Zeit für die Schule. Warum gehen die Tiere zu Schule? Weil Tiere ums Leben. Warte, ich spawn jetzt mein Auto und wir fahren alle vier zu Schule. Okay. Aua. Warum immer auf mir? Warte, ich muss, ich, oh, jetzt zieh ich wieder hin. Beide können die Tiere nicht einsteigen. Nur wenn man sie, ähm, genommen hat, dann, ja, aber... Ja. So, nächste Frage. Nächste Frage. Was ist Ihr Lieblingstier? Ich habe jetzt zwei Lieblingstiere. Aua. Ich habe zwei Lieblingstiere, also Hund und Katze. Obwohl ich eigentlich bitte Katzen... Oh, ich habe gerade meine Katze beim Mann. Egal. Sieht man ja. Ja, aber ich habe drei Katzen, aber ich bin halt auch mehr Katzen, Mensch. Ich mag aber Hunde. Ich bin jetzt nicht so eine, die Hunde nicht mögen würde. Ich würde auch einen Hund nehmen, wenn es ist. Also, einen Hund adaptieren würde ich nicht. Ja. Und doch alle beiden Tiere rüberfahren. Und dann sagt sie auch noch, ja, ich liebe Katzen. Fertig. Okay, das freut mich. Echt. Sorry. Die da gerade den Weg laufen. Und ich... Die da einfach alle laufen. Und ich so... Oh Mann. Aua. Aua. Die landen alle auf meinen Kopf. Ja, komm her. Wir müssen zu school. So, das ist mein Platz hier. So. Hallo Schiller. Wir machen jetzt Mathe. Gut. Ich hasse Mathe. Frau Lehrerin, ich geh. Nein, du gehst jetzt nicht. Du bist nicht... Aua. Du setzt dich wieder hin. Nein, ich geh jetzt in den Computerkorb. Und lerne. Okay. Wir machen Computerkorb. So. Wir gehen Computerkorb. So Schiller. Wir lernen jetzt programmieren. Frau Lehrerin. Frau Lehrerin. Ich geh mal kurz auf die Toilette. Ich schreibe schon mal einen Code auf, mit dem wir arbeiten. Oder auf das bisschen zieht ihr den Code jetzt. Kommst du bald mal, Dieter? Ja, sorry, ich muss groß. Frau Lehrerin, Frau Lehrerin, Frau Lehrerin, guck mal bei der Tür. Guck mal, über dich. Über dir. Kommst du jetzt rein? Nee, schuschlos. Tschüss. Ich beende den Unterricht. Ich bin schon weg. Mama, Mama, die Schule war richtig cool. Das sagst du sonst nie von der Schule. So, nächste Frage. Was ist ihr Lieblingsessen? Ich esse gerne Wiener Schnitzel mit Pommes, aber manchmal auch mit dem Spag... Ja, ja, also... Ja, ich... Auch Spaghetti mit Bolognese, wenn ihr das nicht gerade verstanden habt. Ich bin's gerade bei Pommes da. Ähm... Was müssen wir jetzt gerade tun? Unüberfalt wieder alle beide Haustiere. Ach, die Katze muss wieder alles... Die Egnugieren. Können wir mal in mein Haus, dass sie auch mal sehen, wie wunderschön mein Haus... Äh, wo war denn nochmal dein Haus, ey? Da hinten! Oh, ich geh alleine rein. Warte, Mutti kann das jetzt. Ich weiß, wo es ist. Ist genau in deiner Straße, ne? Oh, ich hab wieder 20 Euro bekommen. Als neunjährig. Ich hab's gewonnen. 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 Ja, ich hab's gewonnen. Hallo. Ich kann nicht mehr raus. Die, die mich einfach angefahren hat. Oh, Gott. So. Ich versteck mich jetzt. Nein! Sieh aus! Warum versteckst du das denn? Ich werde es erst mal meine Katze flassen, dann gebe ich sie was zu essen und dann lasse ich trinken, damit ihr nicht ruhig ist. Ich hab Hunger. Ich esse jetzt mein Brötchen. Brot. Ich hab auch in echt Hunger, aber ich wollte 90er Gäste machen. Magersüchtig. So. Monashi ist satt. Das ist schön. Findest du mich auch mal? Willst du Trage? Ich hab einfach nicht zugehört. Als ob du mich dich gesehen hast. Also warst du in der Küche? Okay, ich bin du. Ich hab dich wirklich schlecht gesehen. Ich bin halt zu Tatgefeiert. Als ob du mich wirklich nicht gesehen hast. Das ist mein Hund, steht neben mir. Ich hab den Tisch gar nicht gesehen. Ich war so hier, hier, hier. Ich hab den Tisch gar nicht gesehen. Langsam. Als obi-doppi. So, ich muss erst mal meinen Hund füttern. Pizza. Das. 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 Und das. Und hierher. Und. Ja, er kriegt Pizza. Und ich krieg ein Brot. Wow. So, ich geh ins Bett. Die nächste Frage wäre ich vielleicht nicht. Ja, stimmt. Die nächste Frage ist. Was ist ihr Lieblingslied? Wie ich immer mit ihr sag. Oh Gott. Das ist schwierig. Weil ich hab über tausende Lieblingslieder einfach. Okay, tschüss, ins Bett. Ich bin klar, ich bin der Brot. Ja, du musst auch schlafen. Du bist auch im Bett. Du bist auch im Bett. Und es steht dein Bett auf. Hey. Mein Hund ist komisch. Oh, jetzt gehen wir aber zelten. Und die nächste Frage ist. Ich hätte. Oh Gott. Ich hätte mir vorher alles überlegen. Ähm. Ja. Die nächste Frage ist. Ja. Was sollt ihr nächstes Video sein? Also, welche. Mel. Sagen. Ja. Wissens. Ich mach halt. Ich mach ja gerade. Ihr seht ja gerade. Ich mach drei verschiedene Let's Plays. Und ich versuche halt alle wie möglich zu machen. Nur, dass es schwierig wird. Es wird ziemlich schwierig, weil ich. Ein Elefant. Ja. Weil. Ich muss ja auch in der Woche. Ja. Ich bin gleich wieder da. Warte mal kurz. Eltern. Erzähl ruhig weiter. Ich hör nicht zu, aber die anderen. Ja. Ihr Mutter ist immer kurz zu ihren Elben. Bei ihrem. Ihre Mutter hat sie gerade gesagt. Ich. 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 Möchte halt mehr. Ja. Ja. Was soll man sagen. Ähm. Oh Gott. Ich kann da gar nicht so reden. Ähm. halt auch mehr aufzunehmen. Trag ich sie einfach mal zum Käpt'n. Ich. 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 Warte mal was ich esse. Ich esse einfach einen Salat. Wow. Während der Aufnahme. Ja. Ich esse den Tipp für dich. Ich esse niemals in der Aufnahme. Ein guter Tipp. Deine Zuschauer denken, sonst du bist zu fett. Ja, oder nur ein Piefraster. Ja, deswegen habe ich bis jetzt auch nur ein Bissen genommen. Und einen Salat. Das ist ungefähr eine kleine Schüssel. Ich bin traurig. Wo ist denn echt mein Auto? Ach, da ist mein Auto. Ich habe mein Auto nicht finden. Na gut, ich habe eine in der Familie, das ist meine Tante. Die findet ihr Auto nicht mehr. Wenn sie es irgendwo abgestellt hat, wenn die dann wieder zurückkommt, die findet es einfach nicht. Was will die wollen? Ja? Was machst du? Bumm, bumm und bumm. Oh, noch mal die Kette. Der Hund ist einfach nicht überfahren lassen wollte. Er ist einfach so. Überfahr mich. Bumm. Bumm. Er ist einfach so. Er ist einfach so. Er ist auf das Auto gelaufen und ich konnte nicht mehr stehen bleiben. Und jetzt mal fett sie wenden und nein sie kann stehen. Und er anruft der U. Oh man. Was ist jetzt das nächste auf dem Plan? Ich wollte eigentlich noch eine Frage stellen. Ah ja, keine Frage. Was für Tiere haben sie zu Hause oder haben sie überhaupt? Ich habe drei Katzen, also zwei Brüder vom selben Wurst. Die sind ein Jahr alt und eine kleine Madame. Äh, fünf, sechs, äh, fünf, fünf Monate alt? Wenn ich das richtig gerichtet habe. Ich habe das gar nicht mehr nachgedacht, aber. Fünf, sechs Monate schon alt. Macht noch ziemlich viel Quatsch. Naja. Na gut, einer von den Großen ist auch noch so ein großer Quatsch. Äh, Quatsch machen aber. Ja, ich glaube das liegt jetzt dann irgendwann. So, wir haben können fertig. Oh nein. Wer muss jetzt schlafen? Ja? Niemals. Bei mir muss aber meine Katze schlafen. Hm. Ich esse mal Marshmallows. Das ist doch toll. Ich wollte dich jetzt da gerade reinhängen. Hm. Warum? Willst du Marshmallows essen? Willst du Marshmallows essen? Ja. Aber ich will jetzt nicht. Es ist doch gegen das Selbstlaufen. Aua. Das war gegen mich. Ich will jetzt nicht. Marshmallows, genau. Hm. Lecker, lecker. Einfach wenn er brennt, so. Nam 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 nam. Ja. Ich krieg von wildfremden Leuten einfach ne Anf- ne Freundschaft anfolge. Ich denk mir so. Ich kenn dich nicht. Okay. Mama? Äh. 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 Ich weiß nicht zu sagen. Das wär ein bisschen verletzend. Oh, oh, oh. Dann heißt es ja. Mama hast. Mama findet mich dumm. Oh, ich hab wieder 20 Euro bekommen. Von Mama. Also. Ich geb dir sogar... Also mal. Das ist mein Taschenfeld als neujähniges Kind. Okay. Meine Güte kann ich auch nicht mehr reden. Hundi will immer überfahren werden, oder was? Warum? Ja, weil er immer das Auto läuft. Alter war da vorne bei, ne? Der ist einfach aufs Autozug gelaufen. Der wär sowieso vor meine... vor meine Stoßstange gekommen. Und dann wäre er erst das gewünscht. Ja, ja. Das sagen sie alle. Hat meine Mutter 1999 abgesagt. Und die... Die sagte, ja, dein Hund ist vor die Stoßstange gelaufen. Meinte sie auch. Und warum schmeißt du jetzt dieses Auto genau ins Wasser? Äh, ja. Duschen. Duschen. Ja, er muss duschen, ne? Ist nur duschen, ne, Mama? Meine Katze muss duschen sein. Ich bleib erst mal im Auto so. Das ist doch schön. Das... Läufst du grad ins Auto? So, Leute. Jetzt bitte mal, wie dumm ich bin. Und das ist jetzt Gott. Ja, ja, ja. Oh Gott. Ähm, bei mir siehts aus, als wärs immer noch ein Auto. Jetzt nicht mehr. Es war grad ein toller Bug. Ist jetzt immer noch ein Auto drin. So. Jetzt seht ihr grade alles wirklich was hinter dem. Ähm, äh, hinter dem bisschen, hinter diesem Fenster. Ist. Wow. Ich muss jetzt mal wieder an den Server joinen. Ich sag mal wieder, typisch für mich. Weiche Knöpfe gedrückt in der Taktor. Und dann auf Schießen gedrückt. Und dann ist das natürlich das Fenster weg. Ah. Meine Katze, meine Katze will meinen Salat essen. Oh. Kriegst du aber nicht. Fui. Nein. 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 Halt. Stopp. Das ist ketzlich gesehen ziemlich abstoß. Nein. Das ist nicht gesehen ziemlich abstoß. Oh, es ist schon nachts. Babababam. Wo bist du? Nein. Was machst du? Sie will halt dran. Man fressen nicht. Das ist mein Essen. Jetzt kommst du mal auf meinen Schoß. Nein. Aua. Jetzt kratzt doch mich doch nicht. So. Macht sie das auch? Das macht meine auch. Also irgendwann wird sie kein Bock. Ja. Meine auch. Und mein Hund will auch aufmerksamkeit. Ja, Lili strafft ich. Schreist sie und kratzt sie oder ist das einfach nur kratzen? Meine auch. Die wollen nur spielen. Ja, ja, ja. Wo ist denn dein Haus? Ich bin ja nicht mal bei meinem Haus. Ach, wo bist du? Ach, ich kann mich doch teleportieren. Ich kann mich nicht, weil ich nicht mehr in deiner Familie bin. Warum bist du nicht in meiner Familie? Weil ich rausgeflogen bin. Wo bist du? Hier. Ach, da bist du. Ach, da bist du. Ich bin dein Haus. Ich bin dein Haus. Soll was dir. Komm mir meinst du mal. Ja, okay. Ja, ich geh mal auf ne Party. Okay. Wo ist denn die Party überhaupt auf dem Volk? Weiß ich nicht. Folg mir einfach. Ich wurde eingeladen. Nicht du? Haha. Ich wurde aber auch eingeladen. Ich hab das als bisher nicht akzeptiert. Also. Ich bin trotzdem. Da ist es, das Haus! La 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 la! Sieht aus, als wäre ich so so krank. Aber kleine Kinder trinken noch nicht. Noch eh schon. Boah, was für ne krasse Party! Scheiße, meine ganzen Nägel sind runtergef... Ich hab Nägel und die sind jetzt alle raus... Wie hast du das denn geschafft, ey? So, warte mal kurz, erzähl weiter, ich hör dich! Meine Nägel sind runtergef... Ach, Scheiße, alle auch gut. Oh, was machst du denn hier? Oh! Nein! Das ist ja fast wie meine, ey. Ah nein, hier sind meine Nägel! Aua! Aua! Nein, der zerfifft dich! Das ist ja fast wie bei mir. Das passiert doch, wenn er auch ständig ist. Die Klemme hat nicht aufgerufen, hat die Klemme eingestellt. Deine Klemme! Wie viel wolle? Also, das ist ne kleine Unterbrechung. Ich rede da jetzt mal ein bisschen. So. Deine Maschie ist ja gar nicht gut weg, weil... Aua! Naja... Jaja, aber, aber... Jaja, da sind grad Nägel auf den Birnen und ich weiß halt auch nicht, wie das jetzt passiert ist, aber... Ich weiß auch nicht, woher... Ah, Gott! Ah, jetzt muss... Der muss jetzt bitte schön... Aua! Ist hier irgendwo ein Bad? Ach, da ist ein Bad. Ich... 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 Ich bin wieder abwesen, äh... Äh... Ich... 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 Bin ich nicht totaler Mama... Einfach! Wer ist denn das denn der kleine Furz da? Der bist du! Der ist wohl der Inhaber des Hauses oder so. Ist das ja kein Junge da? Weiß nicht. Egal, wir gehen wir runter da jetzt, okay? Wir gehen jetzt... Okay. Wir müssen jetzt zur Schule. Soll ich dir wieder Fragen stellen? Ja. Müssen wir jetzt zur Schule oder nicht? Ja. Ich hab grad keine Sachen vor mir. Also, dass ich da oben was zu stehen hab, ne? Ich hab eine mittlere Bewertung. Und du? Ich hab grad gar keine Bewertung abgeben können. Ja, weil ich es ja nicht akzeptiert hab. Das ist so schlimm. Ich bin einfach so auf die Party gegangen, hab's einfach nicht akzeptiert. Äh... Ja. Aua! Müssen wir jetzt zur Schule fahren oder nicht? Ja, müssen wir. Frau Lehrerin wird sonst wieder böse. Oh, wer ist das? Hallo, bleib stehen! Bleib stehen! Steigst du das Auto von deiner Mutti ein? Und dann fahren. Geht's schneller als der Fuß. Aua! Ich fahr mit dem Fahrrad. Okay. Der ist schneller da. Ich hab's noch gesehen! Nein! Ich bin im Boden drin! Nein! Das packt mich wieder zurück! Ich bin... Äh, wo bin ich? Nein! Ich fall wieder aus der Map, oder? Nein! Bitte nicht! Ich fall aus der Map, oder? Bitte, please! Please! Und ich bin außerhalb der Welt! Tschüss! Ähm, ich seh nur blau weiß! Oh Gott! Was hab ich mit meinem Auto eingestellt? Äh, Leute! Bitte tu dich mal zu mir teleporten! Bitte! Ah, warte! Teleport! Aus meinem Auto? Was ist sowieso im... Im Fluss liegt? Bist du bei mir? Bist du bei mir? Hä? Ich... Ich seh nichts mehr! Warte! Ich seh dich doch! Hä? Ich... Ich seh nur blau! Wir sind eins! Mensch, warte! Warte! Hä? Hä? Ich kann nicht mehr laufen! Ich kann nicht... Ich kann gar nichts mehr! Warte bei mir laufen! Ganz normal! Wo lauf ich hin? Ich bin ja... Ich hab dich grad aufm Arm! Ich seh nix! Die sind nur blau weiß! Ich geh mal kurz aus dem Spiel raus! Okay? Mach doch auf! Tu den äh... Charakter resetten! Ah ja, stimmt! Versuch's mal! Und? 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 Ich sehe weiß! Ich... Was war das? Ich hab irgendwo... Was bringen wir da? Ja, siehst du mich? Ja, ich seh dich! Ähm... Das war ne kleine technische Störung! Wow! Wauw! 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 Nebelmaschine! Wauw! 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 Mit Monashi, die gerade so was von abgeht auf der Tanzfläche, ja, ja. Wuhuuu! Wotja! Und wenn ihr weitere Videos von uns haben wollt, gebt einen Daumen nach oben. Ja, wie gesagt, ja, den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal von mir und von ihr natürlich und folgt uns doch auf den, äh, in der Videobeschreibung, wenn ich nicht vergesse, auf den Link von... Ich muss noch ins Social Media, sie muss mir noch den Link von uns wieder, aber das kriege ich schon irgendwie hin. Wir kriegen das hin. Und ja, äh, bye Leute! Tschüss!